Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag im Paradies. Ihr seht, die ersten Sprengler laufen. Was wir jetzt hier machen, ist die Dichtigkeitsprüfung, beziehungsweise auch, dass alle Leitungen gespült werden. Vom Verlegen ist da mal so ein bisschen Dreck drin, dass das jetzt alles raus ist. Also, es wird wieder ein schöner Tag und vielen Dank jetzt schon mal für alle, die mir gratuliert haben. Ich werde euch natürlich in meinen Storys auch mit erwähnen. Freue ich mich sehr. Danke. Ich wünsche dir einen guten Freund, der wenn's nicht läuft, an deiner Seite bleibt. Ich wünsche dir, oh ja, es klappt dieser Weg. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday to you. 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 Ihr kleinen Traumpiraten, viele Storys habe ich repostet, freue ich mich sehr über die ganzen Glückwünsche, also wirklich, ich freue mich wirklich sehr, es haben sich gerade spontan noch ein paar Gäste angekündigt, beziehungsweise sind jetzt auch schon da und ja, ich war bis jetzt irgendwann noch im Garten und habe Sachen gemacht und ich freue mich, wenn ich keine Sachen mehr im Garten machen muss, sondern wenn wir wieder einen schönen Strums und Barbecue machen und deshalb hier für euch einmal, den Link, im Dezember geht es los, ich freue mich unheimlich auf dieses Drums und Barbecue Event, weil es einfach so eine Herzenssache von mir ist und Leute, die dabei waren, die wissen, was ich damit meine und deshalb schaut euch einfach gerne mal an, bis denn. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017